Hallihallo liebe Freunde der Sonne und des Endzeit-Rollenspiel-LPs Du klaust immer meine Open noch Ich weiß es, ich muss immer überlegen, wie du den das letzte Mal gemacht hast, damit ich den nicht verkacke Ich überleg's mir aber auch vorher immer nochmal Bis jetzt, na ich mach das immer spontan, bis jetzt hat's immer geklappt, bleib doch mal ruhig Mensch Und wir haben von einem Zuschauer die Frage bekommen, wieso unser Visier nicht wackelt Und ich hab die Vermutung aufgestellt, dass es daran liegt, dass wir kein richtiges Scharfschützengewehr haben Sondern nur ein Visier auf dieses Jagdgewehr draufgeschmiert haben Das probieren wir jetzt einfach mal aus Also wenn wir da stehen, wackelt's ein bisschen, wenn wir uns hinducken, dann ist es relativ ruhig Also hatte ich auch nicht so recht Du hattest nicht unrecht, was ist das eigentlich, kann man das auch ballon nehmen? Das ist der Stock wahrscheinlich von den Viechern Ja, super, ja, toll Nur jetzt hab ich ein Problem Ja, jetzt bist du verkiftet Ihn ist ein wenig wohl Brauch mal ne andere Wumme her Also ich muss sagen, gegen die großen Viecher haut die schon rein Ja, ne? Du verlierst deswegen, die vergiften uns Achso, deswegen Das ist ja ganz schön fies Naja, gut Ich hoffe, das lohnt sich, dass wir da hingehen Haben wir irgendwie Gegengift oder so mit? Weil du verlierst immer, ne jetzt nicht mehr Ich glaub, das kann man sich bestimmt irgendwie zusammenmischen aus diversen Blumen Aus diversen Blumen? Ja, ich hatte sogar recht, es war wirklich Blume Und jawoll, Bananen Jucca-Banane Naja, Banane ist Banane, Robert So, du gehst schon wieder völlig falsch Nein Ich gehe effizient Ah Ja, so nennt man das nämlich Dass du davon nichts verstehst, ist mir schon klar Ähm Ist das ne Todeskralle, oder? Ja, ich hab sie sauber gemacht Ah, das ist nur ne Junge Schieße in die Füße, wir brauchen ne Pfeilpistole Ich glaube nicht, dass es die in dem Spiel gibt Ich sehe, hat schon wieder keinen Bock mehr Ja, hat's wehgetan, he? Todeskrellchen Ich komme wie Killer auf der Ötland Robert hat heute Durst, wie ich sehe Ähm Wie heißt denn der Anzug? Ich wollte jetzt gerade mal gucken Power Rüstung Power Rüstung Wir hatten ja in der letzten Folge Uns gefragt Das wird das Versteck sein Ne, das wage ich zu bezweifeln Das Versteck ist nicht unter diesem Lügel Ich hab das ja bloß so ein bisschen Random gesetzt Na, da schauen wir mal ein bisschen auf die Map Ja, naja, doch Du könntest recht haben Das ist der einzige Ort, der uns hier auf der Map angezeigt wird Ja, du hast ja recht, lieber Robert Du hast ja recht Power Rüstung Ja, wir haben uns in der letzten Folge gefragt Wie wir die Power Rüstung anziehen können Und ich gucke jetzt hier gerade mal nach Weg war er Die spawnt Na gut, mal sehen, was wir so Feines finden Hoppala Welch faux pas So, ich denke mal auf alle Fälle Dort in das Loch kannst du runterklettern Ja, ja, ich wollte bloß gucken, dass ich hier oben nichts übrig lasse Ein Hammer Hammer, naja, nee Das ist ja Hammer Wundkleber Oh, doch nicht Wundkleber, ja Das tut nämlich weh, wenn du dir dran klebst Was? Wundkleber? Oh, hier gibt es eine T45D Bauer Rüstung Bauer Rüstung Und hier eine T51B Und eine Raketen Und einen Raketenwerfer Ach nee, den wollte ich gar nicht mitnehmen Den brauchen wir nicht Hubert, du siehst aus, als könntest du einen Raketenwerfer vertragen Ah, die Rüstung können wir jetzt noch nicht anziehen Ne, das ist das Problem Wir brauchen irgendwie erst diese Dann würde ich die jetzt erstmal noch hier lassen Weil hier liegt sie jetzt eh mal Ja, na klar Das würde ich jetzt auch sagen Aber die 5mm Schuss nehmen wir mit So, was haben wir hier? Eine Nachladebank Das hilft uns jetzt nur sehr begrenzt Gerümpelt auf jeden Fall ein Bett Ein Bett ist ja gar nicht mal ganz schlecht Ich glaube, das kann man auch so ein bisschen als Zuhause nutzen Elektronenakku Bulg Nehmen wir mit Was haben wir hier? Tesla Kanone Eine Tesla Kanone Die Bude nehme ich mit Was war denn da drunter? Das war ein Gatling Laser Ah Aber den nehme ich jetzt nicht mit Denn der schluckt glaube ich zu viel Was ist das hier? Speer Das sieht ja mal total schäbig Aber ich glaube, die Speerrüstung können wir tragen Soll ich die mal mitnehmen und vergleichen Ob die besser ist als die, die wir jetzt anhaben Ja, kannst du ja mal probieren, ob du sie anziehen kannst Erstmal nicht nur anziehen Sondern, also wir haben hier eine verstärkte Kampfrüstung Die ist mittel Und dann haben wir Wo ist es denn jetzt? Hä? Ich habe die doch mitgenommen Bin ich gerade bekloppt oder so? Wo ist denn die? Kann man auch nicht scrollen? Bin die gekifft? Bei Kleidung? Ja, da war sie nicht Vielleicht kann man die auch nicht tragen Ja, aber dann müsste sie doch trotzdem drin sein Wie schießt die? Speerrüstung Bei sonstiger? Hast du da schon geguckt? Hä? Aber ich habe sie doch Die ist hier weg Und ich habe auch zu viel Also ich habe zu viel Gewicht Das liegt nicht an diesem Ah Mittel 12 Schleichen plus 5 Und das 14 Keine Ahnung Ob die jetzt besser ist oder nicht Anziehen können wir sie auf alle Fälle Aber sonderlich Pralle sieht die jetzt nicht aus Kannst du auch mal diesen albernen Hut abnehmen? Den hast du aufgesetzt? Ja, ist ja gut Nimm den Desperado Und das Atemgerät weg Den du meinst Ja, genau Ne, das war schon richtig Und den Desperados Hut, bitte Den Desperado Cowboy Hut Okay, wird gemacht Dann können wir die Speerrüstung auch wieder weghauen Das haben wir den anderen weggetan Äh, ja, die tue ich jetzt erstmal wieder wegschmeißen Die brauchen wir ja nun wirklich nicht Äh, und dann wollte ich die Tesla-Kanone noch auf einen Quick-Slot legen Hol die mal raus, den Schleifer Ich hol gleich was anderes raus, es aber dann guckst du durch So, wo wollen wir den hin am besten? Na, sieht doch ganz gut aus Ich denke, das können wir ganz gut leben Alter Na, also Nerd mit Waffe Ja, das ist so irgendwie das klassische Nerd-Klischee Riesengroße Wumme Naja Okay Die Quest würde ich jetzt fast als abgeschlossen betrachten Deswegen schauen wir mal, was wir noch so machen können Warte mal Mach ich Warte mal Ich werde nicht wegrennen, Liebero Das sind die Bündnis zwischen da Ja, sagen wir über die Unterstützung da rum so informieren Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal Ja, mach das mal Den Ja-Sager, den können wir mal informieren Wo müssen wir denn da hin? Entfernen Ah, das ist natürlich blöd Ähm Hä? Das sind vier verschiedene Markierungen, die wir hin müssen Ja, das sind Ja, weil wir durch die ganzen Tore müssen Geh einfach mal zu irgendeinem Können wir nicht ja einfach zu World 3 reisen und dann hier hingehen? Wum, wo willst du jetzt hin? Na, zu dem Ne, da sind wir ja Ne, wir sind hier Da ist der Ja-Sager Das sind vier Quest-Markierungen, Robert Cool Ne Ich gehe jetzt erstmal zu der ganz nach links Weil die scheint mir am logischsten zu erreichen Ah, da war doch Was war denn der Ja-Sager? Ach, der Ja-Sager war dieser komische Roboter Ja, na klar Huch Ja, hier waren die Na, sag mal Also ich glaube, da müssen wir mal den Rumsbums wegnehmen Das ist nicht gut Pams Da, auf die Schnauze Was habe ich denn jetzt gemacht? Nachgeladen Ja, richtig Habe ich Was haben wir hier? Billardkühen Damit wollen sie auf uns losgehen, wirklich, oder was? Ist ja lächerlich Korken Geht die Party ab, ich sehe gar nichts Jetzt habe ich die blöde Alter angeschossen Von wegen, das geht nicht Ich zeige dir mal, wie das geht Oh, das geht nicht So, jetzt gehen wir dort zu der Markierung Ausgedacht, Mensch Architektenfail hoch 3 Aber wir können jetzt erst mal dort zu dieser Markierung hingehen Das sieht ja auch sehr interessant aus Da Huch, ein Sauberloid Wenn ich dich finde Fritze ich deine Milz Bei wem hat meine Milz-Mampfen Schaust dir wohl gerne selbst bei Scheiße Was ist denn hier los? Da schießt jemand auf dich, da? Muss erst mal nachladen Oh, jetzt hört es halt mal auf hier Oh, oh War nur ein Scherz Oh, das sag er mal So, jetzt aber Habe ich eigentlich schon gesagt Was ich vorhin sagen wollte Was uns Kevin erzählt hat Äh, nee, ja Was war es denn? Dass in Fallout New Vegas Wesentlich seltener Feinde Vor allem abtauchen Ja, hast du schon erzählt Okay Ganz ruhig, Berda So, wo muss ich denn jetzt Ich gehe falsch Jetzt sind, lol Jetzt sind da auf einmal Zwei Questmarkierungen aufgetaucht Das war doch gerade noch eine Bin ich bekifft heute, oder was? Mensch, was ist denn hier los? Ja, geh doch einfach mal Zu einer von beiden hin Mach ich Du bist super Ich weiß, sagt man mir nach Aber ich habe schon wieder Nicht so wirklich die Orientierung hier Du musst doch irgendwo noch Ja, also ich habe hier jetzt mal nachgeguckt Ich will es gerade noch nicht so richtig glauben Aber hier steht drinnen Dass wir den einen hätten helfen müssen Den ältesten Mac 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 Merara Merara Ähm Zu stutzen Und das Training zu erhalten Was? Das muss doch auch anders gehen Ja, die sind sicherheitend Diesen Forum auch nicht ganz eigentlich Such mal noch ein bisschen weiter Gibt es da nicht so eine Art Wiki oder so? Ja, ich Doch gerade mal Ja, genau Ich habe ihn doch getroffen Boom Und da sei weg der gute unhold und ich frage mich wo die herkommen ich dachte werden die ausgelöscht wahrscheinlich kommt die dann auch mal wieder neu wir haben auch lange weil was denkst du was den ganzen da machen da ist born so neue rüstung und kleidung ich komme ich denn jetzt heraus mensch das ist ja fatal muss doch irgendwo in einen ausgang geben ich glaube hier war das nicht den punkt richtig deute ich hoffe dass ich den punkt richtig deute aber das sieht ja das gut aus der getraut endlich können wir uns weiter in richtung naja was auch immer dort erwartet uns erwartet naja ich würde sagen wir machen das dann wirklich mal in der video pause ja würde ich auch sagen das wollten wir zwar schon das letzte mal machen haben es dann aber vergessen wenn wir alle sind und wo ist der feind so ich gucke wir haben noch etwas zeit und weg ist er okay dann gehe ich mal auf wüstenwanderung ich habe zwar so meine zweifel dass ich da würden drüber kommen aber irgendwie muss es gehen ich glaube soweit müsste gar nicht gehen doch na wobei ist das das wird der weg dort unten rum sein und dann dort in den canyon rein was was dort wo die straße genau und dann dort hoch irgendwie meinst du das könnte ich mir jetzt vorstellen dann gehe ich erst mal bis ich auf die straße treffe und dann nach links genau so machen wir das wenn robert das sagt machen wir das so also ich könnte mir so vorstellen ob es das ist weiß ich auch nicht dann gibt es wieder keine feinde mehr obwohl ich so viel lust hätte noch was abzuknallen ich weiß aber auf jeden fall dass wir hier noch auf indianer treffen werden indianer das ist ja schön danke für den spoiler robert toll warum spiele ich jetzt überhaupt noch super ich höre auf machste unsere kleine pussy nee also gespoilert wird nicht robert da kenne ich dir gleich rechts können sie aber hochgehen hau guck mal dort so die berge hoch das glaube ich nicht meinst du dass das sieht nicht offiziell genug aus als dass man da hochkommen könnte wir haben schon so viele unsichtbare mauern hier erwischt was ist denn das wie nennst du mich zusammen wie viel steckt denn da noch ein will die mich also ich werde ich sagen aber sie verspielt ihren bonus mehr und mehr und treffen kann sie auch mit dem rumsbums jetzt kann ich nämlich auch nicht mal richtig halten weil mein arm verkrüppelt ist du wolltest du den rumsbums geben ich wollte die gar nicht mitnehmen ist die bescheuert mann die hat mir mein arm verkrüppelt die blöde fotze da gibt ja noch raketenwerfen ja genau das ist auf jeden fall eine gute lösung die hat mir ein arm verkrüppelt das heißt gucken ob du richtig gehst ich geh richtig wenn ich richtig gehe seht ihr wer das licht angeht mensch ja genau das sag ich so naja ich auch aber eh mal ja als aber gewaltig ob der matze richtig geht seht ihr nicht wenn das licht angeht sondern wenn ich bei dieser blume bin sondern in der nächsten folge während der matze zu der blume geht ja wir hoffen es hat euch wieder spaß gemacht matze sammelt hier noch die blume ein ärgert sich über veronika jetzt hör auf jetzt hast du dich wirklich erwischt geht doch so fühlt sich nämlich an ja wir können ja wieder einen buhen holen mein gott schön dass ihr dabei wart bis zur nächsten folge tschüss